Wir müssen euch jetzt ganz schnell, wir müssen ganz schnell... Ja, gerne. Oh, was ist das denn? Seid ihr immer noch auf dem Kanal? Seid ihr völlig bescheuert? Sie ist auch schon längst inaktiv. Seid ihr dumm? Ey, hier kommt doch nichts, hier kommt doch nichts. Wisst ihr aber, wo gerade was kommt, jetzt in dieser Sekunde? Auf Twitch, wir sind 48 Stunden live. 48 Stunden? Kalle ist auch da. Auch. Und Grubbeldugau kommt vorbei, alle sind da. Kommt doch da mal rum. Und wenn er nicht rumkommt, lasst einfach die Scheiße laufen, auch wenn er nicht zuguckt. Und sagt Mutti, Mutti auf dem Laptop auch anmachen. Support your local YouTuber. So, jetzt geht's hier wieder aus. So, jetzt geht's hier wieder aus.